hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einem let's play landwirtschaftssimulator 2017 ja wir sind wieder auf der corvette unterwegs auf unserer 16 fach karte wir sind bereits in folge 301 und es regnet graupelt wie auch wenn man das sagen möchte deswegen ist nicht schön und das ist ein eingegangen mit neuen wachstums phase so wie es aussieht aber natürlich genau jetzt stehen die jungs hier passend aber können die ernte nicht beginnen weil sie ja im regen nicht arbeiten können das natürlich dann weniger schön muss man sagen aber so ist das leider so gut gucken wir mal was für kollegen wir hier noch wo stehen haben und wer noch wo was machen muss weil ganz am ende dürften wir eigentlich noch nicht sein die maschine haben wir schon hin überführt so da haben wir noch jemanden da arbeiten muss das wunderbar der dürfte jetzt wieder eine runde angehen und stumpf weitermachen gut das ist der kollege auf der 33 dem ehemaligen rapsfeld so ok gaspreise gucken ich glaube irgendwann muss ja mal zu ende gestiegen sein ich hoffe dass überhaupt irgendwann richtig steigt ja auch hier seitdem wir ganz angefangen haben den grünen pfeil zu sehen tschuldigung bis reussmann hatten wir ja 9300 also das ist schon mal 10.600 es ist immer noch roten ist immer noch am steigen also werde ich ja auch jetzt nichts dran drehen und wir werden warten weil unsere produktion ist ja noch nicht am ende sozusagen das heißt da ist noch kapazität da das verein lagern können und sobald sie richtig voll ist legen wir dann los so okay wir sind hierbei und wollten den dünger rein machen so den spaß verkaufen und wir werden jetzt natürlich weil es halt regnet die ersten drei lupen schon mal zu machen und dann können wir spaßig zum güterbahnhof fahren lassen und da verkaufen die preise sind hoffentlich immer noch gut ich habe das gar nicht geguckt muss ich zugestehen naja jetzt glaube ich hier ja das soll wegen dem geräusch ein bisschen belegte stimme aber ihr seht selber hier 13.522 das ist noch gut das heißt da werden wir auf jeden fall mal ein paar ladungen hin bringen jetzt ist er auch voll ich springe noch mal zum letzten durch hier und mache auch da die plane zu dann können wir nämlich wagen nummer zwei unterwegs bringen und der andere müsste schon unterwegs sein deswegen gucken wir jetzt hier wir müssen jetzt haben hof so ein güterbahnhof das haben wir da so und dann können wir den kollegen erst mal losfahren dann schauen wir mal hier sieht man dass der grubber noch ein bisschen was zu tun hat so und hier sollten wir dann gleich irgendwann den start der questplay reihe sehen wir nehmen den ersten wegpunkt hier dürfte bei der haupthof ein fahrt dementsprechend irgendwo dürfte wieder losgehen und dann gucken wir mal ja vorne sieht man schon ich kann schon mal sagen einstellen am schluss anhalten so und bei ihm hier da waren wir beide den ganzen spaß zu verkaufen deswegen haben wir auch ein bisschen kohle dran gekriegt und das werden wir jetzt natürlich auch weiterhin machen weil so kriegen unser geld rein so simpel es ist und wir wollen ihn ja wirklich schon wieder auf den weg bringen oder gebracht haben bevor der andere kollege hier auftaucht so simpel ist es oh gott ich könnte so fahren müssen so aber jetzt ist er glaube ich zum abschütten ja die erste ladung hat 400.000 gebracht die war auch nicht ganz voll das war der waggon der anscheinend nicht ganz voll geworden ist warum auch immer jetzt dürfen wir 60.000 verkaufen das dürfte also schon mal ordentlich bringen wie man sieht 800.000 ok gut dann fahren wir jetzt hier rein zum wenden das haben wir glaube ich beim letzten mal auch so gemacht so so guter bahnhof zum hof da haben wir es da haben wir es da vorne startet das ganze da vorne startet das ganze sehr schön was ist das für ein strich der hier quer rüber geht ich würde sagen ich lösche das nochmal laden guter bahnhof nach hoch so sieht das besser aus das ist so querstriche das kann irgendwie nicht richtig sein so der fährt das ist auslässig hoffen dass sie natürlich nicht gerade aneinander rauschen wenn sie unterwegs sind dass wir natürlich nicht ganz so praktisch ich skipp nochmal weiter durch ob wir noch irgendwo was anderes stehen haben was wir unterwegs hatten das sind unsere möglichen abfahrer die nicht da sind leider so hier sind wir auch am laden dann können wir auch gleich mal einfach aufsteigen und gucken wie viel wir überhaupt da haben noch schnellere laufmann machen so hilfe und dann irgendwo hier müsst ihr uns anzeigen da haben was ja dünger sind noch 25.000 drin also in weiteren brauchen wir damit jetzt nicht auffüllen was wir machen könnten wäre dann wenn wir hier wieder durchgehuscht sind zum zug könnten natürlich dann ja das ist ja manchmal nur an einigen stellen einzig aber ist der zug lang ne so dann wollen wir mal sehen dass wir hier das ist das normale lager eine saadgut und sowas haben wir drinnen das heißt damit fahren wir jetzt erstmal zum hof und entladen den spaß aber so langsam durch die dass wir da den düngerpart hier abtransportieren kriegen wir ja kriegen wir ja den platz wieder weil mehr wie eine millionen liter ging ja nicht rein ins lager das ist von der einen sorte ich weiß ich nicht ob wir hätten saatgut getrennt extra mehr noch mal rein machen können aber ich weiß das nicht genau aber wir fahren jetzt erstmal rüber ich hoffe dass wir nicht hatte ich vergessen die 31 vorher zu ich weiß das gar nicht wir können ja mal kurz gucken man wird ja aber vergesslicher so und springen um ne ist alles komplett getrennt alles 160 durchdrehende reifen ok sind die jungs ineinander gefahren oder so oh beide steckt im verkehr fest das können nur sie gegenseitig sein eigentlich das ist nicht gut genau das was ja genau das was nicht passieren sollte ist dadurch passiert stellen wir gerade fest so abfahrer entlassen so abfahrer entlassen das sind unterschiedliche das heißt er kam genau von oben er wollte genau in dem moment abbiegen also das war jetzt ein timing das darf es eigentlich gar nicht geben das ist also schon das kann man nicht mal planen so genau müsste man berechnen dass sowas passiert also naja ok aber die jungen sind unterwegs einer voll einer leer den können wir dann wieder voll machen und den nächsten schub verkaufen der grober ist am arbeiten da muss ja noch die sämaschine hinterher da haben wir unseren guten zug soweit ist er noch gerollt weil da kriegt er einfach nur keinen vorwärtsschub mehr wenn wir das fahrzeug wechseln sondern rollt einfach noch aus was nicht unpraktisch war weil dadurch ist ja ein ganzes stückchen weiter gekommen das ist schon mal ganz ok gewesen da können wir mit leben so ja hier rechts unsere 32 das ist die 33 so ein stückchen haben wir noch und dann können wir den spaß ausladen und dann können wir den spaß ausladen die reihenfolge des ausladen ist jetzt im Prinzip vollkommen egal jetzt muss man die auge zu machen weil den zug haben wir jetzt nicht gesehen so jetzt müssen wir schon so langsam bremsen ist auch schon gleich dran vorbei gucken wir mal wie ich noch richtig gefahren bin so dann muss man sich das aber so und wir laden den spaß ab abladen geht ja relativ zügig schon wieder schon wieder durchdrehen reiten was ist denn mal los müssen wir schon wieder erst gucken wo die jungs stecken äh ok er ist angekommen und ich habe anscheinend ihn nicht äh ne da steht die aktive das war mein fehler dann das war kein problem kriegen wir hin und der andere ist auch da ist auch schön das heißt wir können unsere verkaufs- und befüllungs- und die entlade variante für den zug alles gleichzeitig machen so dann wollen wir erstmal hier den ersten verkauf starten dann müssen wir den freundlichen kollegen hier nehmen abfahren lassen das aus das aus und den können wir erstmal rüber fahren dass er wieder langsam gefüllt wird unser Sartu-Preis war ja schlecht den haben wir ja nur drüben mit dem Zug rübergebracht weil wir ähm weil wir ja keinen Platz hatten mehr und die Produktion deswegen stehen blieb und das ist natürlich falsch das wollen wir natürlich so ja hier steht unsere momentan Arbeiter auf Pause sozusagen ja haben wir nach Hause geschickt können erstmal Runde freimachen haben viele Stunden gemacht freuen sich auch im Regen kann man eh nichts machen so hier sehen wir das Grubbern nimmt langsam Form an und äh es sind so superviele Bahnen nicht mehr das ist doch schon mal okay ich bin jetzt dann immer tatsächlich den originalen wie ich gefahren habe aber hier müssen wir rein so so und hier müssen wir runter so und hier holen wir Dünger so simpel ist es der gute Zug hier kann schon wieder ein Stückchen vorfahren dann dürfte ein paar leere Waggons dazwischen sein so 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 aber wenn wir das ja ausladen ist die Folge leider auch schon wieder zu Ende so schnell geht's ich hoffe das euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet wenn es euch gefallen hat lasst passenden Daumen da ich würde mich noch sehr über teilen von ein Abo wäre natürlich klasse dann äh ja sag ich vielen vielen Dank für die Unterstützung und äh sage dann bis zum nächsten Mal bye ciao 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 ciao